Frank hat es doch geschafft, einigen Leuten so die Haarkunst weiterzugeben. Finde ich cool. Danke, Frank. Doch, der haut gleich da eine Kanone weg. Frank, ich bin dein Vater. Hier die Leute mit den besten Kostümen auf jeden Fall. Die schauen so echt aus. Das bedeutet hier in Köln, es geht los. Yeah. Die Schlacht beginnt. Shouldn't ich nicht? Nicht, deine Schlacht. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020